Hi Leute und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich war ja zwei Wochen circa nicht mehr da, aber here I am, ich bin wieder back. Genau, ich habe einen Community-Pose auf jeden Fall dazu verfasst, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ja, ich war weg, weil ich im Urlaub war eine längere Zeit und ich war auch eine Woche davon krank. Also, ja, ein bisschen blöd. Aber, ja, jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt hat wieder so mein normaler Alltag angefangen und, ja, im Hintergrund hört ihr vielleicht einen Schnur an. Und das ist mein Kater. Der ist super laut, aber ich finde, das ist trotzdem immer mal sehr relaxing, wenn man den Schnurren hört. Heute kommen meine Januar-Favoriten. Wir haben jetzt circa Mitte, Ende Januar und ich finde das ganz passend. Genau, weil ich habe auch wieder ein paar neue Sachen und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dich relaxen kann und dass du einen schönen Abend hast. Also, ich bin jetzt gefühlt healthy geworden und esse nur noch Joghurt mit irgendwelchen Früchten. Und, ja, diese Sounds mit diesem Ding sind wirklich grauenvoll. Deswegen kann ich hier nur ein bisschen mitmachen. Ich bin jetzt mal ein bisschen mitmachen. Genau, und weil ich ja gesagt habe, mit Früchten, ich esse zum Beispiel, riech das jetzt mit meiner Slay, immer Äpfel dazu. Also, ich schneide mir den kleinen und mache den da rein. Weil das gibt mir so die Süße, weil viele ja auch Skier so extrem. Ich weiß nicht, der ist halt ein bisschen säuerlich, weil es einfach Naturjoghurt ist. Und deswegen finde ich immer Obst da drin hilft dem Ganzen so ein bisschen, diese Süße zu verleihen. So kein deutscher Satz. Egal. Ich mag am liebsten da drin Äpfel und Schrauben. Und wenn dann wieder Sommer anfängt, Erdbeeren. Genau. Himbeeren habe ich da auch manchmal drin. Aber tatsächlich mag ich Himbeeren nicht so gerne, weil Himbeeren an sich ja auch nicht süß sind, sondern auch eher säuerlich. Ich liebe Äpfel, Leute. Ich bin momentan so ein Apfelsuchtig geworden. Ein Apfel am Tag. Nein. An apple a day keeps the ducked away. Das geht nicht auf Deutsch. Okay, ich würde sagen, wir bleiben mal beim Essen und gehen weiter zu Reezys. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich sage mal Reezys. Genau. Ich war jetzt auch eine Zeit in London und ich bin einfach obsessed geworden. Ich war schon immer obsessed. Aber tatsächlich, jetzt bin ich auf einem anderen Level. Also ich habe, glaube ich, 45 Packungen von denen zu Hause. Weil, kurze Zeit-Info, so ein Zweier-Pack von Reezys gibt es bei Teddy, glaube ich, in so einem Laden für 1 Euro. Und sonst gibt es die halt wirklich immer nur so für so 5 Euro oder so. Was halt wirklich so zahlt teuer ist dafür. Ja. Wie gesagt, habe ich da so viele von uns, wir können uns jetzt einen gönnen. Also ich denke mal, es gibt fast niemanden, der nicht weiß, was Reezys sind. Aber falls ihr das nicht wisst, das sind einfach so Schokoladendinger und innen drin ist Erdnisbutter. Also dieses süße und salzige wird miteinander vermischt. Ich habe sie die ganze Zeit auf meinem Rückflug gegessen. Die anderen traten sich auch, ich habe einen Knall. Ich habe wirklich nur wie 5 Packungen gegessen. Ich ist eine Stunde geflogen. Favourite Snack. Auf gesundheit gelehnt. Ist doch ein bisschen fies. Okay, Leute, ich mache weiter mit was. Das ist so süß. Das habe ich mir auch in London gekauft. Und zwar sind das einfach Ohrenschützer. Genau. Und das hier sind sie. Das sind so süße. Flauschig Ohrenschützer. Also die sehen auf jeden Fall super süß aus. Vielleicht nicht ohne Jacke. Ich finde immer, wenn man so noch 40 Schichten anhat und einen Schal, dann sehen Ohrenschützer am süßsten aus. Ja, aber ich fand das halt, das war eine so gute Investition alleine in London, weil es einfach so kalt war. Und ich hatte auch kein Schal oder so dabei und dann hatte ich immer die Ohrenschützer auf und das war einfach... Ich liebe das. Wenn man warme Ohren hat, finde ich, dann hat man auch keinen Körper. Das habe ich auf jeden Fall tücklich gemacht. Die habe ich übrigens von Subdude. Und die gab es auch noch in schwarzen. Also sehr slay. Okay, als nächstes habe ich eine Sache. Ich glaube, irgendwie, das haben, glaube ich, vielleicht Leute, die Ü60 sind. Aber es gibt auch Männern wie mich, die sowas besitzen. Das ist ein Zirbenkissen, Leute. Ein Zirbenkissen. Das riecht einfach nach Zirbenholz. Das ist so, so geil. Das hat mir tatsächlich eine Ü50-Person auch geschenkt aus Tirol. Und das ist wirklich... Oh mein Gott. Alle, die mich kennen, wissen, wenn ich in einen Baumarkt gehe und dieses Holz rieche... Ich würde das... Ich könnte mich da reinlegen, Leute. Ich liebe den Holzgeruch. Das ist mein Lieblingsgeruch. So frisches Holz. Und... Das riecht einfach nach Holz. Nach diesem Holz. Da sind halt auch Holzsplitter drinne einfach. Und das ist jetzt nicht ein Kissen, das einfach schön aussieht oder worauf du schläfst. Sondern das legst du dir neben dich. Und dann hat es so einen Geruch, der einfach so einen mega nice Effekt auf deinen Schlaf haben soll. Weiß ich jetzt nicht, aber ich finde das riecht gut. Ich denke mal, das ist halt auch so beruhigend. Ich denke mal, das ist halt auch so beruhigend. Ich denke mal, das ist halt auch so beruhigend. Weiter geht's mit einem ganz, ganz kleinen Favorit. Also sehr tiny. Also ich weiß nicht, warum ESN immer so riesen Packungen hat. Da sind jetzt 900 Gramm drin, was urviel ist und ich weiß auch nicht, wo ich das verstaunen soll. Egal, es steht halt in meinem Zimmer random rum. Das ist nicht so clear. Ich hab das jetzt generell mal für, auch eher Asim so genommen. Das sind einfach meine favorite Dinge. Ich hab halt immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob das wirklich hilft oder ob das nur so scheinen. Wie heißt das denn? Scheinen. Ach, keine Ahnung, ich weiß, was ihr meint. Aber ich denk mal schon, dass es nicht schlecht ist. Vor allem während dem Training. Iso-Clean mach ich meistens nach und wäre As immer während. Weil ich hasse, oder? Ich hasse diese dickflüssigen Proteinshakes. Oh mein Gott, ich kotze, wenn ich daran denke. Ich hasse dickflüssige Sachen. Ich kann das nicht in meinen Mund mitnehmen, weil ich das so ekelhaft finde. Und Iso-Clean ist ja wie so Lemonade. Und deswegen ist das für mich voll geil. Ich hab das in, wie ihr seht, Peach. Peach, 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 Peach. Und... Ja. Ich brauche das eigentlich... Ich brauche das am besten. Das ist eine neue Packung. Deswegen mach ich die mal auf. Darf nichts runterfallen. Also das Ding hab ich schon auf jeden Fall aufgemacht. Aber sonst ist das noch gut gefühlt. Okay. Hier ist dann immer noch so ein Kamm dran. Sieht dann immer aus, als ob man gucksen würde. Vor allem in der Umkleider. Ich bin nämlich so eine Person. Ich bereite mir meinen Shakes immer in der Umkleidekabine vor. Und dann sitze ich auf der Bank und schütte mir da einfach dieses Pulver in meinen Becher, in meine Flasche. Und dann fällt halt die Hälfte daneben. Und dann denke ich mir immer so... Ganz schnell. Wegräumen. So Leute, und jetzt kommt meine Obsession. Ich bin... Leute. Ich weiß nicht. Ich war nie so die Leseratte. Seit einem Monat bin ich's. Also ich hab so viele Bücher mir gekauft. Neugelesen. Ähm... Ähm... Das ist glaub ich so richtig auch bekannt. Äh... Von Colleen Hoover. Nur noch ein einziges Mal. Also it ends with us. Ähm... Das ist das einzige deutsche Buch, das ich besitze und was ich gelesen habe. Irgendwie bin ich nicht drauf... Also... Irgendwie hab ich mir das nicht auf Englisch gekauft. Ich hab es mir legit auf Deutsch gekauft. Und das ist immer so weird. Weil ich hasse es... Original englische Bücher mit einer deutschen Übersetzung zu lesen. Das macht einfach keinen Sinn in meinen Augen. Shame on me, Leute. Und... Aber auch... Egal. Es war... Auch wenn's deutsch war. Ähm... Es ist wirklich... Oh... Diese Story. Ich bin obsessed gewesen. Ich hab dieses Buch einfach nicht mehr aus meiner Hand gelassen. Also wenn ihr auf so Teenage-Romane steht... Also eigentlich sind das ja keine Teenager mehr. Das sind... Legit erwachsene Leute. Aber für mich ist es immer so... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Ü50-Frau zum Beispiel lesen will. Ähm... Ich hab's jetzt mal meiner Mutter gegeben. Ich bin gespannt, was sie sagt. Keine Ahnung. Deswegen kann ich aber nicht erinnern. Genau. Und weil ich das in den zwei Tagen durchgelesen habe... Habe ich mir dann in London den zweiten Teil gekauft. Ähm... Ähm... Wie ihr seht... Es hat keinen... Also es ist ein Hardcover. Und es hat... Keine... Ähm... Kein Cover mehr. Weil ich das abgemacht hab. Ich hasse... Ich hasse diese Hardcover-Bücher. Ich find's ganz schrecklich. Macht auch schreckliche Sounds. Ähm... Aber dieses Cover... Das ist so Papa einfach gewesen, was drum gewickelt war. Und ich fand's einfach so nervig. Deswegen... Habe ich's abgemacht. Und das ist It Starts With Us. Genau. Das ist der zweite Teil. Bin ich jetzt so ein bisschen bei der Hälfte circa. Und das ist natürlich auf Englisch, Leute. Weil... Ich bereue es immer noch so krass, dass ich mir das andere Buch, das ich zufdeutsch gelesen habe... Warte mal. Augen glittet. Kein Sinn. Egal. Und dann hab ich mir dann noch ein Buch gekauft. Ähm... Und zwar... A Million Kisses in Your Lifetime von Monica Murphy. Ähm... Genau. Das ist auch so ein... Ich glaub das ist wirklich Teenage-Romance. Ähm... Ich kann euch mal den... Buchrücken vorlesen. It started with a kiss. Die haben so komischen Namen, Leute. Ren Bemond. Is beautiful and kind. She always gets... Um... She always gets good grades and is loved by everyone at Lancaster Prep. Everyone but Brooding Campos by Boy Crew Lancaster. Crew's rich and handsome. His life is meant to be easy. But when you have an overbeating father and your family owned a school, the pressure to be the best makes life harder than everyone thinks. And he certainly does not time for innocent girls who only care about their classes. Girls like Ren Bemond. When unexpected chemistry disrupts psychology class, Ren discovers there's more to life than good grades. And Crew finally understands what it's like to be in love. Also man merkt, was mir gefällt. Was ich gerne lese. Und ich freue mich sehr auf dieses Buch, Leute. Ähm... Ja. Ich bin sehr hyped. So. Das waren auch schon alle meine Favoriten. Ich hoffe, euch haben sie entspannt. Ihr habt ein bisschen neue Inspirationen in eurem Leben bekommen. Und ihr habt jetzt einen guten Schlaf oder einen sonst restlich guten Tag. Deutschland point nicht. Und ja, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.